Zu seiner Südfrankreich-Tour 2016 hatte das Team Sacksteder aus Saarlouis vom 10. bis 17. September aufgerufen. Mit 10 Piloten ging es im Rahmen der geführten ATV-Ausfahrt durch Südfrankreich, Andorra und Nordspanien. Dabei wurde die Gegend von ihren schönsten Seiten erschlossen. Schließlich haben die Sackstedermannen bereits Erfahrung in der Region. Schon im Jahr 2014 hatten sie zum Touren ans Mittelmeer eingeladen. Damals wie heute führte die Route über kleine Küstenstraßen, verlassene Feldwege und schattige Bergpfade. Neben den landschaftlichen und fahrtechnischen Highlights standen Kultur und gutes Essen auf dem Programm. Bei den Übernachtungen war Wellness angesagt, sodass auch fürs Vergnügen und Relaxen ausreichend Zeit vorhanden war. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020